Hallo, hier ist Moritz, euer Arzt und Personal Trainer. Und in diesem Video geht es um den Zustand des Übertrainings. Tja, viele Sportler meinen immer, Übertraining gäbe es nicht. Aber jeder, der es mal am eigenen Leib erlebt hat, weiß ganz genau, es ist ein sehr, sehr unangenehmer Zustand. Woran erkenne ich eigentlich Übertraining? Im Grunde sind es ganz banale körperliche Symptome, die jeder Sportler in sich heraus wahrnehmen sollte. Zum Beispiel zählen dazu Anstieg der Herzfrequenz in Ruhe, Schlafstörung, Libidoverlust oder fehlender Leistungszuwachs. Ich kann nur jedem Sportler raten, sich mit Übertraining zumindest theoretisch zu beschäftigen. Denn wer es frühzeitig erkennt, kann die Reißleine ziehen und entsprechend sein Trainingspensum an die Regenerationszeit anpassen. Wenn ihr mehr über Übertraining wissen wollt, dann geht einfach auf hammer.de unter Fitnesswissen. Viel Spaß beim Lesen!